Ja, herzlich willkommen, mein Name ist Daniel R.L.P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Grace S.F. Und das F steht für Frodra. Hahaha, nein. Jedenfalls, in der letzten Folge sind wir hier in Telos Astor. Ich hoffe, man spricht so aus, angekommen. Um immer noch ein Heilmittel für Sophie zu finden, auf dem Planeten Frodra übrigens. Das hier soll irgendwie eine Stadt sein und so. So, und wir haben irgendwie kleine Kinder getroffen, die irgendwie aussehen wie Sophie, obwohl man sich darüber streiten kann. So, dann haben wir noch so einen kleinen Zwerg hier rumlaufen gesehen und den werden wir jetzt kidnappen, äh, ich meine suchen, um Informationen herauszubekommen. So, hier sind Aufzüge. Wir gehen mal zu E2. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ich hoffe, das war noch nicht der richtige Weg. Nö, war da noch nicht, glaube ich. Oder? Ich weiß es nicht. So, gucken wir mal, was haben wir hier. Das sieht doch nach einer Entdeckung aus oder auch nicht. Was haben wir da? Archivraum. Ist da richtig? Ich weiß es nicht. Guck mal um, da ist es eine Treppe, da kann man nicht hin. Ja, kann man auch nichts machen. So, dann gehen wir mal in den Archivraum. Woher müsste eigentlich schon da sein, wo wir jetzt hin können? Also, wo wir hin müssen, also ja, egal. Gehen wir jetzt einfach rein. Oder auch nicht. Emanente Konz macht Hoffnung. Eine Welt ohne Herzschlag. Oh, so das ist es. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es, dass wir alle etwas anders haben, seit wir hier sind. Ja, es macht Sinn, dass die Leute, die hier lebten, hier lebten, wollen sie einen bestimmten Leben weiterentwickeln. Ich kann nicht vorstellen, was sie durchführen müssen. Unsere Welt ist so voll von Leben. Ich bin hier hier, das macht mich zu wissen, wie viel ich es für eine Chance habe. Ich denke, dass alles wir jetzt tun können, ist es die Vergangenheit, und sicher, dass die gleichen Fehler nicht wieder gemacht werden. Wir müssen sicher, dass Athenia nicht den gleichen Faden als Vaudra fährt. Kriis wurde also zum Transporter und Elef erschaffen. Ok. Kriis dient also der Stabilisierung der Elef-Teilchen. Ok. Was auch immer. Ok, warum die Monster hier kein Feuer im Blut haben, sag ich mal, ist doch vollkommen egal. Wir metzeln ja sowieso ab. Also ob die Leben in sich haben oder nicht, ist doch eigentlich dann vollkommen egal, wenn wir sie so oder so töten. So. Ähm. Ich vermisse aber jetzt hier noch eine Truhe. Weil irgendwo brauchen wir ja Passwort. Aber jetzt ist alles so tot. Ich werde es nicht finden. Hm. So, wenn ich jetzt wüsste, wo ich war. Ich glaube in E1 war ich ja. Da war vorher nicht da. Also müssen wir zu U1. Ok. Ja, da ist dieser, oder diese Knirps-Mädel. Wir schon. So. Äh. Ich suche immer noch eine Truhe. Ob ich ein Passwort eingeben kann, damit ich Ruhe und Ehre bekomme. So. Und da glänzt was. Das nehmen wir direkt mit. Folgende Person, die du gesehen hast. Ja. Glitzer, Glitzer. Ein namenloser Blumensamen. Ok. Dann gehen wir mal da hin. So ein Shuttle langer. Das klingt doch schon mal gut. Ah ja, wir kommen ja nicht vom Planeten weg. Nein. Ist mir auch noch eingefallen. Wir wissen ja noch nicht, wie wir hinkommen. Da ist eine Truhe, die öffne ich direkt. Boah. 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 Okay. Der Kolonieplanet. Oder wie auch immer das hieß. Boah, wenn ich jetzt wüsste, wie man das schreibt. Äh, ja. wenn ich jetzt wüsste wie man das schreibt wie das gibt noch mal sehen das ist falsch wird vertagt war aber nicht so dass telos astur ist oder so ne warum sieht man hier nicht den namen des planeten und ich reden genau darüber ich glaube da wird noch ein bisschen erwähnt hier immer noch in der zeit also guck mal so das kind war da links ich habe kekse jetzt haben wir ihn wirklich jawohl jetzt kriegen wir nicht hallo weil er greift natürlich wieder immer sofort zur waffe ich würde am rock gucken hallo sie ist not breathing and she has no pulse but i don't think she's dead ja ja Ja. Hallöchen, Schönheit. Wie kommst du denn da rauf? Da ist ein bisschen weiter rot. Und aus der Zukunft. Eine andere Welt. Möchtest du Effinia? Kann das nicht so beschrieben werden? Effinia? Ja. Wie Fragezeichen. Okay, im Skittern hat der doch schon... Äh, egal. Wir fliehen hier in einem Schuttel, created by meine Ancestoren. Obwohl es sich ziemlich verletzt, wenn wir landen. Hm. Ich sehe. Also du musst du ein Amarsian. Das ist mir? Aber wie wissen Sie über die Amarsian? Ist es eine Art von uns und Fodra? Es ist. Ja. 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 Das ist nicht so schlecht. Hast du das alles von Athenia gebracht? Was bedeutet das nicht so schlecht? Kann es sein, dass du nicht über Protos-Hais? Protos-Hais ist nicht ein Mensch. Es ist ein Artificial-Humanoid-Soldier, kreiert von Fodorin-Scientisten. Humanoid? Konstrukturen, die Menschen aussehen, aber nicht sind. Nicht Menschen? Das würde erklären, warum sie seit den sieben Jahren nicht ähnt. Ja... Hat auch irgendwie keiner mehr hinterfragt. Sie ist noch Sophie. Sie ist noch unsere Freundin. Sophie ist krank, Emmerod. Und wir kamen hier, um eine Kür zu finden. Kennst du einen Weg, um sie zu behandeln? Protos-Hais ist mit einem Selbst-Healing-Module, aber... hm... Ja... Das scheint auch mal funktionierend zu sein. Das ist ziemlich schwer. Kann es sein, Lambda? Das Einatmen kann sich reparieren, aber wir müssen sie nach dem Humanoid-Research-Center. Aber... Der Center war überraschend von Monstern, sogar bevor ich zu schlafen. Ich denke, dass es jetzt viel schlimmer ist. Gehen dort wird deine Leben in gefährlich, und Protos-Hais wird nicht zu retten. Ach... Es ist ja nicht so, als ob irgendwas anderes zu tun hätten, weil wir ja nicht hier weg können. Ja. Sophie ist unsere Freundin. Und wir tun alles, um sie zu retten. Sehr gut. In diesem Fall, ich will nicht versuchen, dich weiter zu retten. Es gibt eine Maschine im Forschungszentrum, die sich zu retten, diese Einatmen, obwohl ich nicht weiß, ob es noch funktioniert. However, du wirst nicht möglich, zu operieren die Maschine, ohne meine Hilfe. So, ich will dich auf der Reise. Wir haben die Hilfe. Ich werde auch sehen, dass dein Shuttle in der Zeitung repariert wird. Psy, bitte gehst du den Shuttle zu der Launchbay und siehst du, dass es völlig repariert wird. Es würde nicht tun, dass unsere Guests das Forschungszentrum haben, nur hier in der Ende zu befinden. Die Shuttle ist in ziemlich schlimmer Form, also fühlst dich, es um ihn herum. oder was auch. Danke, Emerald. Du hast bereits ein enormer Schmerz. Ja, ich glaube, wir sollten weg sein. Ja, ich hätte mir endlich das Recht zu sterben verdient. Okay, in der Ruhe. Ich habe das eine Karte drin. Ja, magische Katar Nummer 39, Kratos, Katar. Hm, ich dachte, ich hätte mir endlich das Recht zu sterben verdient. Okay. Ich weiß noch nicht, was das bedeutet. Ich bin noch nicht so weit in dem Spiel. Kann man sich immer noch mal angucken. Vergabter Husten. Die letzte verzeichnete Aktivierung war vor tausend Jahren. Auf Death. Okay. Was für ein Weltall, wo ist in dem Fenster? So, EFINIA. Habe ich doch so geschrieben? Hm. Hi. Warte mal. Waffe. Stirn. Ähm. Da. Proto. Eis. Ich will Eis. Ich auch. Hm. Keine Ahnung, es sieht aus, als könnte er jeden Moment zum Nebenwachen, aber es scheint endgültig abgeschaltet worden zu sein. Und wer das denn dann hier stehen? Warum waren... Hä? Aber wo war der denn gerade? Wer abgeschaltet war, wieso war der denn dann hier? So. Guck mal mal, ob wer das Ding eröffnen können. Hallöchen. Weitosten. Militärbasis. Cool. Story. Es sind auf einmal so viele Kindersklaven. So. EFINIA. Ja. Fehl. Nee. Fehl. Mhh. Mein Gott. Ich hätte sich auch selbst drauf kommen können. Hier ist aber, woher halbiert deine Werte außer Präzision verdoppelt, aber die gewonnene erfahrungspunkte ja das ist lebensmüde mittlerweile kopien außer kontrolle verloren ihr habt alle irgendwie den schaden deswegen lasse ich mal lieber soll jetzt noch irgendwo uns geht okay dann war sie nicht es geht mäßig ist erlaub ich nichts mehr auch können wir mal uns hier noch dieses zeug holen von dem sich also geekelt haben falls er wieder neu gespawnt ist mittlerweile schon wieder eine neue aufnahme session du musst hat neue gespawnt worden sein glaube ich weiß ja noch einige dinge jetzt eine neue quest das war nicht wie die sich neu regenerieren ich habe noch mal nachgeguckt auf screen aber da sind keine neue gekommen aber in dem erst mal hat er sagt nie so genau hat er zu sagen versteckt da nicht da drin und der junge da oder mädchen oder ich weiß es nicht der mode ohne sammeln aber okay wir sagen wir machen hier einen schnitt gehen dann als nächstes zur forschungseite richtung okay es gibt nächstes mal okay wir sehen uns dann in der nächsten ein d so Ich will Zuschauer und sage Tschüss.